Mein Name ist Horst Moser, ich bin einer der Kuratoren dieser Veranstaltung. In der nächsten Abteilung haben wir einen Illustrationsblock. Es gab im 19. Jahrhundert die Form der Novelle. Die gesamte Weltliteratur besteht aus sehr vielen Novellen von Edgar Allan Poe und so weiter. Die sind veröffentlicht worden in Almanachen und als die Verlage die Almanache eingestellt haben, gab es plötzlich keine Novellen mehr. Also man braucht immer das Medium, wo man das verkaufen kann. Und genauso ist es mit Illustrationen. Es gab vor 20 Jahren kaum Medien oder die normalen Zeitungen und Zeitschriften haben wenig Illustratoren beschäftigt. Das ist mittlerweile anders. Mittlerweile gibt es bei der FAZ am Sonntag oder bei der Welt am Sonntag ganze Ausgaben, die fast komplett illustriert sind. Oder auch delegiert werden an Künstler. Und das Medium, wo man die sehr gut aussuchen kann, heißt Freistil. Das erscheint jetzt in Kürze wieder eine neue Ausgabe. Herausgeber ist Rabban Ruttigkeit, der verschiedene Illustratoren jetzt vorstellen wird. Und ich begrüße ihn zu dieser Section. Danke. Hallo, eins, zwei, drei. Mein Name ist Rabban Ruttigkeit, ich bin Gebrauchskrafiker in Berlin. Ich mache Grafikdesign und letztes Jahr habe ich ein Buch herausgebracht, das heißt Rapport. Das möchte ich euch kurz vorstellen. Das ist auf 400 Seiten meine Arbeiten aus den letzten 25 Jahren. Und drei von den Sachen kennt ihr vielleicht. Das eine ist das Typodarium, das ich gemeinsam mit Lars Hansen, der heute auch hier ist, herausgebe. Das andere ist das Polardarium und das dritte Buch ist ein Buch, das heißt Freistil. Wenn wir jetzt bitte das JPEG einblenden könnten. Dankeschön. Freistil ist vor ungefähr 10, 12 Jahren entstanden, als ich eine Zeitschrift relauncht habe in Berlin. Die heißt das Magazin. Der eine oder andere kennt das vielleicht. in den 20er Jahren in Berlin gegründet wurde und wir wollten auch da Illustratoren beschäftigen und es stellte sich heraus, die Illustratoren befinden sich in einer Schuhschachtel mit farbkopierten Heften, auf denen streckenweise sogar die Handynummer oder Sonstiges fehlte. Also es war irgendwie klar, die Struktur in Deutschland ist einfach noch nicht danach, dass es überhaupt Illustrationen eingesetzt werden kann. Deswegen haben wir eine relativ naheliegende Idee umgesetzt, nämlich die Illustratoren alphabetisch vorzustellen. Das geschieht seit dieser Zeit regelmäßig. Und parallel ist ein Blog entstanden, vor ungefähr drei, vier Jahren, der jeden Tag 1000 Klicks hat. Das sind im Monat richtig viele Leute. Das ist am Ende ein B2B-Thema. Das ist ganz klar, aber eines, das mir sehr am Herzen liegt. Ich komme selbst aus dem Zeichnen, habe mal als Comiczeichner angefangen, dann habe ich illustriert und habe festgestellt, damit kann man überhaupt kein Geld verdienen, dann werde ich lieber Grafiker. Irgendwann hat es mich dann aber immer wieder interessiert, Illustration ist ja eigentlich ganz einfach, man braucht nur eine gute Idee, eine gute Umsetzung und den richtigen Zeitpunkt. Und das hat mich immer interessiert, hat mich auch immer inspiriert für meine grafischen Arbeiten. Und es macht mir unwahrscheinlich viel Spaß, dieses Buch zu machen, diesen Blog zu machen. Diesen Sommer erscheint das Neue, das könnt ihr gerne bei mir schon vorbestellen, auf dieser Website. Dann haben wir tatsächlich 1000 Illustratoren vorgestellt, wir haben 1000 Storys auf unserem Blog, wir haben ganz viele Leute, die sich dafür interessieren. Und heute Abend habe ich die große Freude und die große Ehre, fünf von den Illustratoren vorzustellen, die jeder für sich eine spezielle Rolle spielen. Und was mir aufgefallen ist in den letzten zehn Jahren im Zusammenhang mit Illustrationen ist, wie sicherlich auch im Zusammenhang mit jeder Form von Design, wir müssen über den Tellerrand hinaus schauen, wir müssen interdisziplinärer denken, multimedialer, das ist alles so ein bisschen Bullshit. Aber Leute, die das wirklich tun, habe ich mir heute Abend eingeladen. Und zwar, jetzt muss ich hier auf die andere Reihenfolge achten, sind das fünf Illustratoren, die sich jeweils kurz vorstellen werden. Und danach werden wir ein kleines moderiertes Gespräch über die Situation in Deutschland, im deutschsprachigen Raum führen. unter dem Motto Quo Vadis Illustration. Begrüßen Sie mit mir als allererstes Katharina Gschwendner aus Hamburg, Illustratorin und Herausgeberin, Mitherausgeberin des wunderbaren Buchprojektes Spring. Das kann ruhig noch zwei Stunden stehen. Für mich ist das okay. Moment, es tut mir leid. Ja, hallo. Vielen Dank für die Einladung. Ich bin Katharina Gschwendner, wie ich gerade schon vorgestellt wurde. Was macht das Pony am Fließband? So habe ich meinen kleinen Vortrag hier genannt und ich denke, jetzt bin ich Ihnen eine Erklärung schuldig. Ich habe das Pony, ich habe das Fließband und ich habe die Freundschaft. Das sind die drei Säulen, auf die ich die Illustration aufbauen möchte und die ich jetzt in diesem Vortrag hier vorstelle. Das Pony war zuerst da. Regelmäßig stelle ich meine freien Arbeiten in Museen und Galerien aus und meine freien Arbeiten sehen zum Beispiel so aus. Das sind Hinterglasmalereien. Ich zeichne auf Plexiglas mit Feder und Tusche, weil ich Zeichnerin bin. Vielleicht kennen Sie die Technik. Das ist eigentlich eine traditionelle Technik, die man hier im süddeutschen Raum öfters antrifft. Zum Teil säge ich eben die Arbeiten auch aus. Hier sehen wir das Bild Afrika. Und da die Arbeiten sehr kleinteilig sind, zeige ich jetzt ein paar Details. Ja, also hier liegt jemand im Bett, krank vielleicht, hat netten Besuch und andere kämpfen gegen Riesen. Wenn ich zeichne, weiß ich nicht, was passieren wird. Und das ist das Entscheidende. Und das ist das, was ich wie die Luft zum Atmen brauche, diese Form der Arbeit. Es gibt keine Vorzeichnung. Im Gegenteil, wenn ich diese hätte, wäre meine Konzentration dahin. Ein Junge nimmt seinen Stuhl und sein Zimmer mit an einen anderen Ort und springt über Figuren, die in einem Loch sitzen. Ich zeichne halbbewusst, immer so knapp unter der Bewusstseinsebene, wie nach einem Traum, in dem man halb erwacht und wieder zum Bewusstsein kommt. Und in diesem Wechsel arbeite ich auch, dass ich mich diesem Flow hingebe und dann mit einer Distanz zurücktrete und überprüfe, was ich da tue. Wie Bergarbeiter schaffen hier diese Leute Schätze ans Licht, Bücher, ein Schlafsack. Ja, warum tue ich das? Ich habe einfach immer wieder so einen extremen Willen zu einer gestaltenden Ordnung, die Gefühle, Energie und dieses ganze Chaos einfach in die Logik bringt und ich möchte Bezüge herstellen. Das ist meine Notwendigkeit. Der Außenraum dieser Arbeiten bleibt transparent. So habe ich das Motiv, das wie eine Sprechblase im Raum steht und jetzt sieht man hier sehr viele Figuren, die ich eben entwickle, die entstehen, assoziativ, Figur für Figur und eigentlich fühle ich mich manchmal wie die Sozialarbeiterin meiner eigenen Kreaturen. Da gibt es Krieg, dann möchten Leute den Streit schlichten, die sehnen sich nach irgendwas, die recken ihre Arme nach irgendwas und wenn sich die Motive ineinander immer mehr verzahnen und ich den gestalterischen Bogen entwickle, ist es sozusagen auch ein sozialer Bogen. Und hier hat sich dann herausgestellt, dass dieses ganze Streben und Sehnen und sich zerren und verzehren in die Mitte geht wird zu einer Zungengeburt. Eine Figur, eine Münze wird zu einem Menschen und das Bild heißt Geld, Geburt des Messias. Da sieht man auch, wo ich herkomme. Ich habe eine Holzbildhauerlehre in Gamspatenkirchen gemacht und das, was ich hier in Süddeutschland, ich bin auch in Nürnberg aufgewachsen, was mich am meisten geprägt, beeindruckt, geflasht hat, ist die narrative religiöse Kunst. Diese zahlreichen Totentänze zum Beispiel, hier ist ein Totentanz, die man in den kleinen Kapellen sieht. Die Assamkirche in München hat mich umgehauen. Also das ist das, wo ich herkomme. Was anderes, was mich sehr geprägt hat, sind die Märchen in ihrer Gleichnishaftigkeit. Hier sehen wir Schneewittchen und die sieben Zwerge. Ja, bei dieser freien Arbeit entsteht eben der Fundus an Bildideen, die ich dann auch später abrufe. Außerdem bin ich Illustratorin im Sinne von Dienstleisterin. Hier sehen wir ein Fließband und das trifft die Sache ganz gut. Bei der professionellen Arbeit als Illustratorin sehe ich natürlich über meinen persönlichen Tellerrand hinaus und ich beschäftige mich mit hoffentlich gesellschaftlich relevanten Themen. Und in der Regel muss es schnell gehen und es ist eine sehr sportliche Angelegenheit, was mir übrigens ziemlich Spaß macht. Jetzt zeige ich wenige Beispiele meiner angewandten Arbeiten. Also ich habe es mit gesellschaftlichen Phänomenen zu tun. Hier dem Wettrüsten reicher Eltern um den teuersten, extravagantesten, kreativsten Kindergeburtstag. Kitty und Micky bis an die Zähne bewaffnet, drücken den hysterischen Eltern die Waffen in den Rücken. Das Kind ist geplättet am Boden, lutscht nur noch an seinem Geschenk, dabei ist auch Justin Bieber eingeflogen worden. Auch soziale Themen, wie hier die soziale Schere und für mich ist es spannend, weil ich eben immer noch mal dazu lerne und erst mal die Themen, die mir geliefert werden, natürlich verstehen muss, interpretieren muss und darüber hinaus eben auch Fragen aufwerfen darf. So wie ich in meinen freien Arbeiten eben auch so assoziativ arbeite, mache ich das auch bei den Illustrationen gerne. Hier war das eine Strecke für den Kulturspiegel zum Thema Aberglaube. Das war ein Interview mit einer Wahrsagerin hier. Die Dame verschwindet in der Tarotkarte. Das Unheil, dass die Kutsche oben fressen wird, bahnt sich schon an. Hier sehen wir den Urmensch, der sich mit seinen neuen Göttern einem Superhelden gleich über die Tiere erhebt. Der Superschamane, da ging es um Glaube und Aberglaube des Menschen seit der Urzeit. Also das, was ich vorher in meinen freien Arbeiten fantasiere, kann ich hier abrufen. Außerdem, das hat Raban schon eben erwähnt, kommt jetzt das Dritte, das habe ich Freundschaft genannt. Das ist unser Projekt Springen. Wir bringen jährlich ein Magazin raus. Es gibt eine Release-Party mit Performance und Ausstellung eben. Seit zehn Jahren gibt es uns, seit elf Jahren gibt es uns nun. Wir sind auch auf Messen vertreten und in Buchläden und haben auch einen Vertrieb. Dieses Jahr auch auf dem Comicsalon Erlangen, einer großen Ausstellung. Ja, da machen wir Dinge, die wir sonst nicht machen. Ich zum Beispiel mache sonst keine Comics. Hier sehen Sie zwei Seiten aus Reinicke-F-Punkt. Da haben wir gemeinsam Reinicke-Fuchs sehr frei umgesetzt. Jede Zeichnerin, genau, es ist ein Frauenprojekt, jede Zeichnerin hat einen Gesang illustriert. Kleiner Tipp, Goethe verleiht Flügel. Wenn Sie ein Thema zum, also wenn Sie Goethe, wenn Sie was zum Thema Goethe machen, kommt das Goethe-Institut und Sie werden an alle Ecken und Enden der Welt eingeladen. So geht es uns gerade, es ist wunderbar. Jetzt geht es nach Delhi, wir waren in Paris, Brasilien hat auch schon gefragt. Goethe. Das Wichtigste für mich ist eigentlich Springen als Gruppe. Wir sind eine Gruppe von meiner Meinung nach fantastischen Illustratorinnen und abgesehen davon, dass wir eben unser Heft rausbringen, machen wir auch gemeinsame Exkursionen. Wir machen sogar gegenseitig uns Workshops. Das war auch sehr fruchtbar. Also da gibt es eine Inspiration und vor allem auch Sprechen über die Arbeit, was ja auch überhaupt nicht selbstverständlich ist, nicht mehr selbstverständlich ist. Ja, also wir sind eine inzwischen schon wirklich sehr tief befreundete Künstlerinnengruppe und von diesem Austausch profitiere ich ungemein. Also Springen ist mehr als die Summe ihrer Teile. Und hiermit beende ich jetzt den Monologteil meines Vortrages. Das war eigentlich das Bild, was für die Fragen gedacht war, aber das verschieben wir, deswegen ist das jetzt mein letztes Bild. Danke. Können wir noch einen Flaschenöffner haben hier rum? Für unser Wasser. Das wäre toll. Weiter geht's mit Martina Wember aus Berlin. Aus Berlin. Und Martina habe ich eingeladen, sie arbeitet für die Taz, für den Tagesspiegel, für diverse Zeitungen, Magazine, für Buchvorlage. Von ihr illustrierte Bücher sind im MoMA erhältlich, sie gewinnt Preise noch und nöcher und das mit einem einzigen Strich. Martina ist für mich eine extrem zeitlose Künstlerin, wenn ich das so nennen darf, die es schafft, ihre wirklich wunderbar aus der Zeit gefallenen Ideen in ganz alltäglichen Medien unterzubringen. Ich freue mich, dass du hier bist. Martina Wember. Vielen Dank. Ja, hallo. Ein Redakteur von Berliner Tagesspiegel hat zu meiner Eröffnung, zur Eröffnung meiner Ausstellung letztes Jahr gemeint, dass das, was ich bei meinen Zeichnungen weglasse, dass ich damit ganze Ausstellung füllen könnte. Ich bin immer auf der Suche nach Ausstellungshallen seitdem und er hat auch den Titel meines Vortrags geprägt, minimalinvasiv. Stimmt, ich arbeite sehr minimalistisch, wie Rabban schon gemeint hat, aber auch meistens, also es gelingt nicht immer, kommt auf die Themen an mit einer Prise Ironie. Ich habe für einen, ich habe ein paar Beispiele mitgebracht, hier zum Beispiel für einen Softwarehersteller, der das Thema selbstheilende Computer mir zur Aufgabe gestellt hat. Eine Fernsehreihe habe ich für den Tagesspiegel auch für eine medienkritische Kolumne entwickelt. Ja, ist schon wieder Thema Porno. Für den Tagesspiegel arbeite ich ganz viel. Hier sehen Sie drei Beispiele aus dem Kulturteil. Einmal sehen, da geht es um kulturelle Angebote in Berlin, die man unbedingt gesehen haben muss oder hören, eben dementsprechend für die Musik. Denken ist eine philosophische Kolumne, die mehr oder wenig einfach sehr viel rum eiert. Ich weiß jetzt nicht, wie ich es sonst ausdrücken soll. Also alle Themen sind mir nicht sehr lieb, aber man muss sich damit auseinandersetzen und es ist ja gerade das Spannende dran. Das sind noch weitere Beispiele. Sie sehen schon, dass ich versuche, möglichst viel wegzulassen. Bei den Logos ist es noch ein bisschen schwieriger, weil die muss auf einen Blick funktionieren, die Kolumne. und ich hatte da schon sehr oft Auseinandersetzungen mit dem Tagesspiegel. Die haben immer ganz bestimmte Vorstellungen, die sich manchmal nur mit Mühe umsetzen lassen, weil es dann einfach so Bild-Text-Doppelung ist und das hasse ich eigentlich. Aber manchmal lässt sich es nicht vermeiden, dass man dann auch einen Kompromiss findet. Links oben ist zum Beispiel Thema, was man unbedingt noch gesehen haben sollte, wo man noch hingehen sollte. Hingehen war das Thema bei endenden Kulturveranstaltungen. In der Mitte Kältetechnik, da ging es um die Sportler mit ihrem Lieblingssportgerät, was die da so alles mitmachen. Rechts ein Neu-Berliner berichtet aus der Stadt, also Koffer und Stuhl. Links unten wieder eine philosophische Kolumne, was wäre, wenn. In der Mitte unten der Ost-Berliner Fernsehturm ein Ost-Berliner berichtet und rechts mein Garten. Für die Fußball-Weltmeisterschaft wollten sie ein Logo haben, was aber mich erst mal erschrocken hat, weil Fußball ist eigentlich gar nicht so mein Thema. Aber es ging darum, Alternativen zur Glotze zu präsentieren, also was auf den Berliner Bühnen zum Beispiel läuft während der Fußball-Weltmeisterschaft. Das Tor rechts unten mit dem Bühnenvorhang wurde dann ausgewählt. Mein Einstieg in die Auftragsillustration waren witzigerweise meine Bücher. Ich habe 1999 dieses Buch gezeichnet. Es geht um Beziehung, heißt auch beziehungsweise Linien. Das Buch beschäftigt sich einfach mit der Karteikarte und mit den Verstrickungen, die da entstehen können. Das ist mein zweites Buch, Beziehungsreicher Alltag. Es zeigt Metamorphosen der Alltagsgegenstände, mit denen wir uns ständig umgeben. Es gibt da auch noch Wäscheständer drin, mit denen jeder wahrscheinlich so seinen persönlichen Kampf auch hat. Ja, diese Bücher kurz darauf ist dann der Freistil von Rabban erschienen und der Freistil war ein sehr großes Glück für mich, Rabban. Darin konnte ich meine Bücher präsentieren und Meret und Meret hat mich eben entdeckt und wollte mich für ein Wirtschaftsmagazin von McKinsey engagieren. Dieses Wirtschaftsmagazin MCK Wissen gab es seit vier Ausgaben und sie wollten einfach einen Materialrundumschlag, so sieht das Magazin aus, jede drei Monate eine andere Farbe, aber immer so streng außen, aber innen war das dann eine Materialschlacht, die ich seither nie wieder so eine Freiheit genießen konnte, wie für die Illustrationen in diesem Magazin. Hier, das war zum Thema Innovation, woher bekommt man Eingebung, wie passieren Innovationen, was geht da vor sich? Das war zum Thema Qualität, Qualitätsprüfung, die Themen haben immer, die Hefte haben immer Oberthemen gehabt und das zog sich durch das ganze Heft durch. Ich konnte dann immer so drei, ein bis drei Geschichten illustrieren und ja, es hat extrem viel Spaß gemacht. Die damalige Artdirektorin Katja Vössl, ich weiß nicht, ob sie da ist, sie ist auch Münchnerin, von Mere Mere und Britta Max von Brandein Zwissen, die waren extrem experimentierfreudig und haben mir wirklich so ein breites Stilspektrum gegönnt, was ich seitdem nie wieder so erleben durfte. Hier noch ein letztes zum Thema Strategie. Nach fünf Jahren wurde das Magazin leider eingestellt, neuer McKinsey-Chef, neue Besen kehren anders und er wollte das beenden, aber es gab dann noch ein fulminantes Abschlussbuch, was bleibt, heißt es. Und da kamen aber wieder meine minimalinvasiven Zeichnungen zur Geltung. Ja, das war dann der Abschluss. Meine dritte Leidenschaft ist meine freie Arbeit, wo ich so seit letztem Jahr mit der Nähmaschine zeichne. Ich kombiniere Zeichnung und Genähtes und dieses ein Beispiel aus dem Buch Tools. Ich produziere diese Büchlein in kleinen Zehner Auflagen und habe da auch eine Galerie, die das vertreibt. Dieses ist das Sweet Home, was Rabban erwähnt hat, was in MoMA in New York vom MoMA gekauft wurde. Und da kombiniere ich eben auch, ja, irgendwie hat es immer auch mit Beziehung zu tun, meine freie Arbeit oder den Tücken des Alltags. Ja, da mein Thema Reduktion ist, möchte ich Sie nicht länger mit Nicht Reduzierten beglücken und das war es schon, das ist nur ein, ja, aus meinem Lieblingscafé ein Einblick, wenn ich morgen dann sehe, ah, jetzt ist es doch erschienen. Ja, vielen Dank. Applaus So, Nummer drei, Flaschenöffner, super. Danke. André Rössler, Illustrator und Professor. Später. Hören Sie mich? Schön. Gut, ich bin André Rössler, hallo, ich möchte Ihnen heute zwei Projekte vorstellen, bei denen ich auch so ein bisschen über den Kontext von der Illustration sprechen möchte, also auch so ein bisschen wie die Illustration im Kommunikationsprozess wirkt und wie sie funktioniert, wir haben ja hier schon ein bisschen so sehr unterschiedliche Modelle, gehört und nimmt vielleicht auch ein bisschen die These vorweg, dass das natürlich die große Stärke der Illustration ist, eigentlich so eine sehr, sehr unterschiedliche Form der Darstellung bieten zu können. Für das erste Projekt kann ich auf Katharina zurückgehen und kann sagen, Goethe. Wir waren eingeladen vom Goethe-Institut in Dakar, im Senegal, eine Ausstellung zu machen an einer Artist-Residency zusammen mit Christian Ernst, ein Fotograf, und Lars Harmsen, der hat da unten, wurde in der Nase, den sehen Sie morgen noch. und wir hatten ein Artist-Residency von einer Woche, wo wir geplant hatten, einen Aufenthalt zu machen in einem Land, das uns sehr, sehr fremd ist, das uns bewusst sehr, sehr fremd war. Wir hatten bei der Arbeit keinen journalistischen Anspruch, jedenfalls nicht im Vorfeld, wo wir uns mit einer sehr, sehr fremden Kultur befasst haben und die auf uns einwirken lassen. Und unsere Idee eigentlich von der Arbeit war, vor Ort zu sein und eigentlich die Dinge, die wir für Gestaltung, für unsere Arbeit erleben, aus einer Nähe wahrzunehmen. Das heißt, eigentlich ist man als Illustrator gewohnt, sich mit Dingen zu beschäftigen, und dann aber wieder sehr distanziert davon zu sein, in seinem Kämmerchen zu sitzen und mit einer distanzierten Haltung an die Sache heranzugehen und wir wollten eigentlich sehr direkt vor Ort sein und das, was wir erleben, direkt aufspüren, reinspüren und dann auch direkt vor Ort umsetzen. Auch mit der Vorgabe, uns selber damit einzubringen. Geplant war am Ende von dem Aufenthalt eine Ausstellung auf der Dakar Art, das ist die größte afrikanische Kunstmesse, wahrscheinlich ist es auch die einzige afrikanische große Kunstmesse, wo wir sehr froh waren, dort eingeladen zu sein, weil wir als einzige europäische Künstler eigentlich dort auch ausgestellt haben und wo wir uns natürlich so ein bisschen die Pistole auf die Brust gesetzt haben, dort die Dinge wirklich nur vor Ort zu erstellen. Wir haben angefangen zu arbeiten, haben uns parallel mit sehr, sehr vielen Leuten getroffen, sehr, sehr viele Künstler, haben relativ schnell gemerkt, dass wir eigentlich von dem Land so begeistert waren und ein Detail, was uns sehr, sehr interessiert hat, waren die Schriften, die man überall findet und wir haben zu den Leuten vom Goethe-Institut gesagt, wir hätten ganz gern so einen Schriftengestalter, der mit uns mitarbeitet und das war ein unglaublich spannender Prozess, den dabei zu haben, der hat mit uns mehrere Tage gearbeitet und das Schönste eigentlich war zu sehen, wie er sich so langsam von einem Gebrauchskrafiker, der immer nur gesagt hat, immer gefragt hat, was er machen soll, wir haben gesagt, ja, und da ein bisschen was hin und da noch und so und wie er sich entwickelt hat, rein in eine Position, dass er diese künstlerische Haltung verstanden hat, bis hin zur Ausstellung, wo der deutsche Botschafter gekommen ist und mir ihn mit als Künstler präsentiert haben. Auf der linken Seite sehen Sie Sachen, die entstanden sind, Collagen, sehr collagenartige Arbeiten, malerisch, illustrativ, bei denen wir auch Teile von dem, was wir aus Deutschland mitgebracht haben, was wir aus Deutschland empfunden haben, mitgenommen haben, hier sehen Sie auch noch ein paar von den Grids, von den Rastern, wo der Schildermaler mitgearbeitet hat. Das sind sehr expressive Arbeiten, es gab eine Installation, in der wir auch sehr, sehr bewusst Objekte, also Objekte Trouvet gefunden, Objekte genommen haben, aber die wir da in unsere Arbeit mit einbezogen haben, also eine Mischform generiert und es gab eine große Wand, die wir vor Ort auch gestaltet haben, die wir vor Ort auch gehängt haben und wo wir so viele Bezugspunkte zum Land mit aufgegriffen haben, den Palast der Republik dort, also das Bürgermeisteramt, dann diese Riesenstatue, die, ich glaube, 20 Millionen gekostet hat und irgendwie von den Koreanern in Bronze gegossen hat, in einem Land, wo nebendran die getehrten Straßen, Badewanne große Löcher haben, also sehr viele Sachen, die mir so direkt mit haben einfließen lassen und dort gezeigt haben. Es war ein sehr schönes, ein sehr freies Projekt und die Eindrücke für mich waren eigentlich so stark, dass ich dann gesagt habe, ich möchte im Nachhinein nochmal mich mit der Sache auseinandersetzen und möchte nochmal versuchen, wie kann ich mit dem, was ich da erlebt habe, was für mich so an Emotionen und an Eindrücken auf mich eingeprasselt ist, nochmal mit umgehen und ich habe eine Serie gemacht, in der ich mich damit beschäftigt habe, mit Elementen aus Dakar, mit der ich ja versucht habe, eine Illustration zu machen, die eben nicht, wie das Illustration machen kann, eine Sache verdichtet und auf den Punkt bringt, das ist ja eine große Stärke für eine Illustration, wie wir gerade gesehen haben, aber Illustration kann natürlich auch Verwirrung schaffen, kann etwas umspielen und kann vielleicht so etwas haben wie so eine katalytische Funktion, das heißt, sie kann etwas in etwas anstoßen, also einen Anschlag geben und eine Sache umkreisen. Da sehen Sie Sachen hier, sehr frei, Themen wie hier vorne Mann und Frau, die eine Rolle spielen, die Kraft, die Expressivität, aber auch das Chaos, aber auch das Verschachteln von Dingen, die organisatorische Strukturen vor Ort, die mich interessiert haben, aber dann auch im Weiteren arbeiten, die eher in eine präzisere Richtung reingehen, wo ich gesagt habe, jetzt möchte ich mal gucken, wie kann ich präzisieren, wie kann ich wirklich eine Szene schaffen, wie kann ich was genau im Detail wiedergeben und kann ich Emotionen von dem Ort, den ich aufgefangen habe, wiedergeben. Also zwei sehr, sehr unterschiedliche Anforderungen an Illustrationen, zwei sehr, sehr unterschiedliche Fähigkeiten von Illustrationen, die mich da sehr, sehr interessiert haben. Gut, das zweite Projekt ist ein Projekt, in dem ich im Moment daran arbeite, es ist ein ganz frei initiiertes Projekt. Ich bin vor kurzem über ein Zitat von einem amerikanischen Journalisten gestoßen, der gesagt hat, er kennt keinen ernstzunehmenden Mann in seiner Generation, der nicht mindestens einmal in seinem Leben in Kim Gordon verliebt war. Kim Gordon ist die Sängerin von Sonic Youth und konnte ich irgendwie unterschreiben und es war für mich so ein ganz schöner Anlass, mich mal mit einer Person zu beschäftigen. Das ist ja in der Malerei so ein klassisches Thema, Porträt. Für mich war es eigentlich neu, ich habe das eigentlich noch nie groß gemacht und ich glaube, ich habe auch davor zurückgeschreckt, weil Illustratoren immer das Problem haben, wenn es um das Thema Porträt geht, dann wird von ihnen immer abbildhafte Ähnlichkeit verlangt und das ist etwas, was mich überhaupt nicht interessiert. Also mich in meiner Arbeit, wenn es jemand anderes gut macht, das ist natürlich schön. Aber ich hatte versucht, wie kann ich ein Porträt machen, was eine Person zeigt, aber was nicht auf einer abbildhaften Ähnlichkeit beruht. She ist eine Serie von Zeichnungen, vielleicht Kim Gordon ist die Sängerin von Sonic Youth, sehr, sehr interessante Frau. In dem Porträt geht es ein bisschen um die Entwicklung von Punk Rock, von der ganzen Alternative Music, wo ich auch versucht habe, natürlich das, was die Musik auszeichnet, das die Energie und die Kraft, die da drin steckt, umzusetzen. Da gibt es Themen, wie ihre Beziehung zu dem Thurston, der Gitarrist von Sonic Youth, aber auch so diese Entwicklung von Punk Rock oder die Trennung von Thurston, die jetzt gerade vollzogen worden ist. Wie thematisiert man sowas, wie kann man sowas in ein Bild bringen, ohne Platz zu sein und ohne auf so einer direkten Abbildhaftigkeit aufzubauen. Dann auch Themen wie neuere Tendenzen, ihre Musik, also sie ist auf dieser mittlerweile wesentlich experimenteller unterwegs, Dekonstruktion von diesen Rockstrukturen spielen auch eine große Rolle und das war auch etwas, was ich hier aufgreifen wollte. Dieses Pussy Galore oben bezieht sich auch auf ihre Arbeit als Künstlerin, also sie ist auch Bildende Künstlerin und macht auch solche Slogan-Bilder. Und zum Abschluss vielleicht dann, sie ist jetzt gerade dieses Jahr 60 geworden, das war für mich auch ein schöner Anlass, auch noch so ein Porträt, sie so als Frau, die in den Medien steht, so mehrere Dekaden von amerikanischer Popgeschichte da eigentlich hinter sich gebracht hat und jetzt so in ihrer Wirkung heute. Gut, das war es von meiner Seite. Ich danke Ihnen vielmals. Tina Berning, Illustratorin und Künstlerin aus Berlin, die aber sogar schon mal in München gearbeitet hat, unter anderem als Grafikerin für jetzt, bevor sie 2000 angefangen hat, als Illustratorin durchzustarten. Sie arbeitet für Mercedes-Benz, Tiffany, Deutsches Theater, Zeitstern, New York Times, Vogue etc. und hat parallel eine Karriere als Künstlerin gestartet, die man wirklich auch als Karriere bezeichnen kann, denn sie funktioniert. Eins der Bücher, das dabei entstanden ist, ist 100 Girls on Cheap Paper. Das kennt der eine oder andere von euch. Es gibt die wunderbaren Kooperationen mit dem Fotografen Die Batista. Und da begrüßen Sie mit mir die wunderbare Tina Berning. Ich finde es jetzt wahnsinnig schön, mal die anderen Illustratoren sich vorstellen zu sehen, weil man da doch merkt, jeder... Oder ich gebe dir ein Headset. Nee, ist jetzt zu spät. Ich halte mich an die Regeln. Jetzt sage ich es nochmal. Ich habe mich gerade sehr gefreut, die anderen Illustratoren sich vorstellen zu sehen, weil man da doch wieder merkt, dass jeder sehr damit beschäftigt ist, seine freien Projekte genauso zu machen wie die angewandten Projekte. Wir sind hier auf einer Konferenz über Editorial Design. Wir arbeiten alle für Editorials und lieben das alle. Aber wir wandern anscheinend alle auch zwischen den Welten, denn es braucht beides, um eine Arbeit zu generieren, die immer weiter sich entwickelt. Und wenn ich also nur Editorial Design mache, bin ich also immer fremdgeleitet, inhaltlich, thematisch und setze was um. Ich brauche als Gegenzug immer die freien Sachen, wo ich was entwickle. Das sind einfach Auszüge aus meinem Blog, den ich mit Freunden seit fast zehn Jahren führe. Der Bilderclub heißt nach dem Motto A drawing a day keeps the doctor away. Versuche ich tatsächlich täglich ein Bild fertig zu machen, in welcher Weise auch immer. Also wir zeichnen, glaube ich, alle jeden Tag. Es geht aber dadurch diese Art der Publikation darum, ein Bild auch wirklich abzuschließen. Also aus diesem Wust von vielen Zetteln und kleinen Ideen etwas fertig zu machen, in dem dann oft sind Sachen, die neben dem Job, aus dem Job entstanden sind, die irgendwie sich selber neu entwickelt haben. Und daraus generiere ich meine Bildwelt aus diesen kleinen Sachen, die tagtäglich entstehen. ein Beispiel, das war zum Beispiel ein Ding aus dem Bilderclub, also so heißt dieser Blog, wo wir Zeichnungen sammeln, eine kleine Zeichnung zu einem wunderbaren Plattentitel, wie ich finde, the difference between you and me is that I'm not on fire. Das war einfach nur so eine kleine Skizze, die sonst in der Schublade gelandet wäre, die aber dann jemand von der Zeit gesehen hat und eine Umsetzung wollte. Also es gibt entweder, ziehe ich selber solche Sachen dann aus der Schublade und dann fällt mir ein A, das könnte ja passen. In dem Fall hatte jemand anders mich gebeten, doch genau das umzusetzen. Das ist einfach ein ständiger Wechsel, der für mich sehr wichtig ist. Andere Sachen für die Zeit, also das ist jetzt ein Beispiel von letztem Jahr, wo ich finde, was mit Zeichnungen sehr schön gemacht werden kann. Hier ging es um eine Geschichte von einem Mann, der seine ganze Familie ausgelöscht hat, weil er es vorgezogen hat, sie zu verbrennen, statt ihnen die Wahrheit zu sagen, dass er seinen Job verloren hat. Unglaublich harte Geschichte, was soll man da an Fotomaterial machen, geht natürlich gar nicht. Es gab ein paar Privatfotos von ihm und ich habe das dann so umgesetzt, also die Auslöschung wirklich radikal gezeichnet. Ein großer Teil meiner Arbeit, lieber André, in Porträts, die sehr versuchen, das Wesen des Menschen, den ich porträtiere, zu erfassen. Ich habe die letzten zwei Jahre 250 Porträts für die New York Times gemacht, für die Contributor-Seite. Das entspricht natürlich meinem Prinzip des Seriellen, jeden Tag, also in dem Fall war es jede Woche ein Porträt zu machen, wunderbar. Und habe es geliebt, das Wesen, also die Rubrik wurde jetzt gerade eingestellt, ich habe es geliebt, das Wesen des Porträtierten zu erfassen, was ich, wenn es jemanden interessiert, am allerliebsten mit Videostills mache, weil ich mich da Frame für Frame durch das Gesicht, also wenn ich Videomaterial von jemandem finde, ich kann mich Frame für Frame durch das Gesicht klicken und die Veränderungen sehen und dann versuchen, das Wesen zu erfassen. Das ist eine Handvoll von den Porträts, die da entstanden sind für die New York Times wöchentlich. Ich hatte angefangen, für die New York Times zu zeichnen, den Papst zu zeichnen, für das Cover der New York Times, nachdem ich mein von Raban schon erwähntes Buch One Hundred Girls und She Paper bei einem Wettbewerb eingereicht hatte, wo der Art Director des Magazins in der Jury saß und mich dann bat, in diesem Stil, das sind jetzt diese freien Zeichnungen aus dem Buch, den Papst zu zeichnen, was ich sehr, also er beschickte mir wirklich dieses Bild mit dazu, was ich sehr lustig fand und ich muss die Anekdote einfach immer wieder erzählen, weil sie so gut ist, dass alle waren glücklich mit dem Cover und ich bekam nach einer Woche eine E-Mail, alles wunderbar, alle fanden es schön, aber warum hat der Papst, nee, also es gab einen Leserbrief bei der auflagenstärksten Zeitung Amerikas, einen Leserbrief, warum denn der Papst sechs Finger habe. Er hat sechs Finger und ich habe es falsch gezeichnet und ich saß da, ich bin hochrot angelaufen vor mir selber, habe das geprüft, habe gemerkt und saß immer nur da, und damals war dieser Papst noch der Papst und sagte immer nur, der sieht es, der sieht es, der sieht es, natürlich kriegt er das vorgelegt, die und dachte, sechs, 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 der Teufel, ganz schwierige Sache, da wird einem dann klar, was man so macht, wenn man publiziert und Gott sei Dank ist es, die sechs Finger sind positiv konnotiert, es gibt Mariendarstellungen mit sechs Fingern und ich kam aus der Sache glimpflich davon und arbeite bis heute mit der New York Times zusammen. das sind jetzt Zeichnungen aus diesem Buch, ich mache jetzt einfach mal ein bisschen schneller, das ich entwickelt hatte, ich hatte diese Kiste, wo ich immer meine Zeichnung aufgehoben habe, die hatte ich irgendwann mal aus einem, einfach ausgeschrieben, One of Girls and Sheep paper, und dann rief mich Joachim Baldauf an, der Fotograf, der das Heft vorn rauslegte und fragte mich, einen Inhalt für seine Webseite zu finden, um nicht den Inhalt der Vorn nochmal durchzukauen und dann sagte ich, super, ich mache dir meine One of Girls and Sheep paper, freundlicher Versprecher und gebe dir jeden Tag eine Zeichnung für diese Webseite, wo man jeden Tag ein neues, 100 Tage lang, also wieder tägliches Prinzip, Tagebuchprinzip, 100 Tage lang habe ich das gezeichnet und dann haben wir ein Buch daraus gemacht, das wurde dann eine Ausstellung, die in Berlin, New York und Tokio gezeigt wurde und dann habe ich mit den freien Sachen immer parallel weitergemacht, das sind andere Ausstellungen, also das war hier bei einer Ausstellung bei Andreas Binder in München, hier geht es ganz stark um analog, weil wenn ich eine Zeichnung ausstelle, es sind keine Drucke, ich möchte ein loses Papier an die Wand hängen, das heißt, hier geht es um das Gegenteil, was ich oft mit Illustrationen mache, nämlich Fehler ausbessern, ich habe dann so Zeichnungen, das Auge war nicht gut, dann habe ich ein Ersatzauge hier nochmal liegen und scanne das dann ein und tausche das aus, hier funktioniert es natürlich ganz anders, ich habe am Schluss ein Stück Papier, das ist dann in einem Rahmen und diese Auseinandersetzung des Analogens hat sich wieder in meine angewandte Arbeit der Illustrationen zurückgeführt, weil ich plötzlich gemerkt habe, es ist ja nicht jeder Fehler falsch, nur weil ich ihn ausbessern kann, muss ich ihn nicht ausbessern, jeder Kringel, der irgendwo entsteht, kann auch schön sein und dieser Wechsel ist für mich wahnsinnig wichtig, also es befruchtet sich gegenseitig. Das sind jetzt ganz, ich habe jetzt auch mehr angewandte Sachen noch dabei, also Editorial Sachen, das ist die wöchentliche, wieder wöchentlich, ich liebe es, Kolumne, die ich für den Stern mache gerade, das sind Auszüge davon, und ich nehme mir immer raus, dass stilistisch ich auch unterschiedlich arbeiten kann für jede Sache, ich entwickle dann meistens irgendwie, entwickelt sich automatisch etwas für einen speziellen Kunden, ich bin, ich mache auch gerne mal wirklich, das ist hier Bolero, also ich habe jetzt richtig Hardcore, Editorial Sachen, ganz normale Editorial Sachen mitgebracht, Bolero ging es um Kräuter, Sommerkräuter, da habe ich eine große Freude dann, auch so etwas Schönes dann, nach so einer harten Geschichte für die Zeit zu machen, und ich liebe diese Unterschiedlichkeit, hier ging es um, ging so Sex und nicht so Sex für die Donner, mache ich auch gerne, ich ärgere mich, dass ich meine Playboy-Zeichnung nicht mitgebracht habe, wegen des Schwerpunkts Porno, Klassiker der Illustrationen wird immer gebraucht, empfehle ich jedem jungen Illustrator, Sternzeichen, sie werden immer gebraucht und auch das macht mir Spaß, ich empfehle es jedem Illustrator, wenn hier irgendjemand ist, der das gerne machen möchte, es ist eine wunderbare, abgeschlossene Serie von zwölf Bildern, jeder weiß, um was es geht und jedes Magazin braucht in der Regel im September ein Sternzeichen. Dann komme ich noch auf ein letztes Projekt zurück, das ist für das deutsche Theater gewesen, das war jetzt nicht im klassischen Sinne, Editorial, aber dennoch, die baten mich als Künstlerin, 25 Stücke zu lesen und zu den 25 Stücken Zeichnungen zu machen und ich habe sie nicht als Illustratorin gemacht, in dem Sinne, dass ich versucht habe, eine Essenz aus dem Stück rauszufinden, in ein Motiv zu packen, sondern ich habe wieder Tagebuchprinzip jeden Tag einen Block für die gefüllt, mit Zeichnungen, während ich gelesen habe und die Sachen wurden dann für alle Print-Sachen, die die gemacht haben, verwehrtet, das heißt, die hatten einen Riesenpool an Zeichnungen, die einfach durch diese alltägliche Zeichnung entstanden sind und die dadurch eher assoziativ als komprimierend funktionieren, wie ich einfach gerne auch arbeite und wie es für den Fall auch sehr angebaut war, denn oft, also als ich das gemacht habe, waren teilweise noch nicht mal die, na, wie heißen sie, Regisseure, klar, wer das Stück macht oder sowas, also die haben einen Spielplan, das muss ja ein Jahr vorher gehen. Das war's. So, und last but not least, Gabriele Düdenwald aus Hamburg, also es sind schon auch irgendwie immer ähnliche Städte, Hamburg, Berlin und so weiter, Illustratorin und Artdirektorin, sie ist Mitgründerin der Allegra gewesen, heute ist sie Artdirektorin vom Philosophie-Magazin Hohe Luft, wo ausschließlich illustrierte Motive stattfinden, es gibt keine Fotos mehr, und sie hat eigentlich angefangen als Illustratorin, arbeitet jetzt auch als Artdirektorin und wird uns davon erzählen. Hallo Gabriele Düdenwald. Hallo, Gabriele Düdenwald. Als Raban mich eingeladen hat, habe ich mir dann nach langer Zeit nochmal die Frage gestellt, warum mich Illustrationen so fasziniert. Und bin auf so drei Statements gekommen, die für mich positiv besetzt sind und für viele meiner Auftraggeber aber aus genau dem Grund negativ besetzt sind. Oder zumindest aus dem Grund werden Illustrationen manchmal nicht eingesetzt. Die habe ich jetzt mal vorweggestellt, bevor ich erzähle, was ich sonst so mache. Moment, das war gar nicht die erste, entschuldige. Damit geht es los. Das ist für manche Menschen in der Editorialbranche ein Grund, keine Illustrationen einzusetzen. Ich habe wie viele Menschen in meinem Grafikdesign-Studium hatte ich den Wunsch, mal ein Kinderbuch zu machen. Das heißt, das ist eine Arbeit, die habe ich direkt nach dem Studium gemacht und habe dann relativ schnell festgestellt, Kinderbücher möchte ich eigentlich doch nicht machen. Also das ist nur ein Beispiel dafür. Ich habe mich dann mit Menschen beschäftigt, die sowas professionell machen und habe dann festgestellt, das muss immer alles niedlich sein und das muss hübsch sein und das mochte ich nicht so gerne. Deswegen habe ich diesen Themenkomplex dann relativ schnell verlassen. Ich habe dann lange als klassisch angestellte Grafikdesignerin bei verschiedenen Magazinen gearbeitet, unter anderem eben bei Allegra und hatte da die große Freude, nicht nur selber illustrieren zu dürfen, sondern auch die Illustratoren für alle Ausgaben aussuchen zu dürfen. Also ich bewege mich im Prinzip seit dieser Zeit auf so der Schnittstelle zwischen Illustrationen und Grafikdesign. Der damalige Artdirektor, dem lag das nicht so am Herzen und ich habe mich dann da so ein bisschen reingefuchst und habe dann viele junge Talente kennengelernt, viele Leute sind extra zu Allegra mit ihren Mappen quer durch Deutschland gereist und wir hatten fast jeden Tag jemanden vor der Tür stehen, der seine Arbeiten zeigen wollte, was mich damals gefreut hat, aber manchmal auch ein bisschen geärgert hat, dass Konkurrenzblätter, die dann immer sehr schnell abgeworben haben, wenn wir gute Leute gedruckt haben, weil der Allegra-Chefredakteur damals der Auffassung war, wenn die woanders stattgefunden haben, die Illustratoren, dann dürfen wir die nicht mehr einsetzen. Das heißt, ich musste dann immer nach neuen Leuten gucken, was aber auch wirklich eine schöne Aufgabe war. Also ich habe das sehr gerne gemacht. Parallel habe ich selber auch noch illustriert. Ich habe zum Beispiel in diesem Fall ein Buch illustriert, was damals vom Grand Ressort Batragaz herausgegeben wurde, wo ihr Bauvorhaben für eine große Hotelanlage angekündigt wurde. Da ging es um Investoren und da wurde das ganze Projekt vorgestellt, bevor auch nur ein einziger Stein auf den anderen gesetzt wurde und meine Aufgabe war, quasi das Gefühl zu vermitteln, was man hat, wenn man in diesem Hotel später absteigt. Das war eine Arbeit, die ich gemacht habe für das Magazin Close-Up. Da ging es um Inhaltsstoffe von Parfums. Ich habe mich immer gerne mit Farben, mit Mustern, mit Strukturen beschäftigt und habe da viel rum experimentiert für mich selber, habe auch freie Arbeiten dann für mich entwickelt und habe aber an irgendeiner Stelle gemerkt, dass ich tatsächlich als Illustrator nicht so richtig weiterkomme, was vielleicht auch daran lag, dass ich mit so wahnsinnig vielen, sehr guten Leuten zu tun hatte, die mir ihre Mappen gezeigt haben. Das heißt, ich habe so ein bisschen meine eigenen Illustrationstätigkeiten immer mehr und mehr vernachlässigt und die sind mittlerweile auch ganz zum Erliegen gekommen und ich habe mich auch quasi auf die andere Seite des Business gestürzt. Ich habe die Seiten gewechselt und habe Illustratoren beauftragt. Parallel dazu habe ich Magazine entwickelt, also seit 2001 habe ich ein eigenes Büro und entwickle Magazinkonzepte. Eines der letzten Projekte, was ich gemacht habe, war Flair und das ist eigentlich ein ganz gutes Beispiel dafür, wie kontrovers Illustrationen in unserem Business gehandelt wird. Ich hätte wahnsinnig gerne für dieses Projekt Modeillustratoren auf der ganzen Welt beauftragt, habe mir sehr viele tolle Sachen angeschaut und bin aber leider mit diesem Vorschlag in der Chefredaktion nicht weitergekommen, weil die Meinung vorherrscht, der Illustrationen entwickeln keinen Kaufanreiz. Also Magazine wie Flair sollen schöne, teure Produkte verkaufen, wenn man die Sachen nicht in echt sieht als Foto, funktioniert es nicht. So die Meinung der Chefredaktion, was ich sehr traurig fand. Das Magazin gibt es in dieser Form auch leider nicht mehr. Ich hatte parallel die schöne Aufgabe, nicht nur das Magazin in der Printversion zu entwickeln, sondern auch den Online-Auftritt und da habe ich dann nochmal welche reingeschmuggelt. Also ich habe den Online-Auftritt mit der Redaktion zusammen entwickelt und mir dann die Freiheit genommen, selber kleine Icons, Widgets und Illustrationen zu gestalten, die dem Online-Auftritt ein eigenes Gesicht geben sollten, weil es doch meiner Meinung nach gerade in der Modebranche sehr viele Online-Auftritte gibt, die sehr verwechselbar sind und das ist eine schöne Sache an Illustrationen, die machen Seiten eben unverwechselbar. Ein Projekt, was mir sehr am Herzen liegt, was ich mittlerweile auch schon in der 13. Ausgabe betreue, ist Hohe Luft. Dafür habe ich nicht nur die typografische und gestalterische Form entwickelt, gemeinsam mit dem Verlag, sondern auch das Konzept, dass die, also Hohe Luft ist ein Philosophie-Magazin, was sich ausschließlich mit philosophischen Texten, sehr, sehr langen Texten beschäftigt, also das Hauptaugenmerk liegt auf Ideen und da lag es meines Erachtens nahe, Ideen auch mit Illustrationen zu bebildern, beziehungsweise bebildern ist eigentlich genau das falsche Wort. Es gibt eigentlich nur eine Geschichte, es gibt zwei Geschichten im Heft, die fotografisch gelöst werden, das ist einmal ein Porträt eines Philosophen, der wird fotografiert und es gibt ein Foto-Essay, was quasi eine philosophische Frage in Bildern, in Fotos umsetzt. Alle anderen Themen werden ausschließlich von Illustratoren umgesetzt, das heißt, der Illustrator bekommt nicht den fertigen Text und soll ihn bebildern, sondern der Illustrator bekommt ein kleines Exposé von 10 bis 15 Zeilen und seine Aufgabe besteht darin, quasi parallel zur Textebene Illustrationen, ein Bild zu entwickeln, was als eigene Position parallel zum Text funktioniert. Das gibt den Illustratoren unglaubliche Freiheit, also es gibt keine Vorgaben, es gibt das Einzige, was es gibt, ist das Format. Was der Illustrator damit macht, ist komplett seine Sache. Es gibt auch, ich sage mal, nur 99,9% der Fälle keine Korrekturen. Das heißt, ich beauftrage die Illustratoren, ich suche die Künstler und die Illustratoren aus und bekomme etwa zwei Wochen vor Produktion des Heftes diese ganzen wunderbaren Arbeiten aus der ganzen Welt und dann breiten wir das alle aus und gucken das zusammen an und das ist jetzt mal eine große Freude und eine große Überraschung vor allen Dingen, was dabei entsteht und es war eigentlich bis jetzt immer so, dass wir von den Denkpositionen der Illustratoren absolut positiv überrascht waren, die nämlich den Texten, die zum Teil auch mal gerne 30.000 Anschläge haben, einfach noch eine neue Art zu denken hinzugefügt haben und ich finde, das ist die Stärke des Magazins Hohlluft und ich bin sehr dankbar, dass der Verlag mir da so Freiheit gelassen hat, diese Ideen mit den Illustratoren gemeinsam so umzusetzen und ich hoffe, dass das dem Editorial Design beziehungsweise dem Thema Illustration nochmal ein anderes Gewicht gibt. Vielen Dank. Toll, danke. Ihr ahnt jetzt vielleicht so ungefähr, warum ihr hier sitzt, weil jeder von euch ist nicht der typische Illustrator oder keiner von euch ist der richtige typische Illustrator, so wie ihn sich viele Grafikdesigner oder Artdirektoren so vorstellen. Da sitzt jemand zu Hause, in seinem Atelier wartet auf einen Anruf oder eine E-Mail oder was auch immer. Ich glaube eben auch, dass das so nicht geht. Ihr seid alles tolle Beispiele, dass man definitiv über seinen Tellerrand hinaus schauen muss, wie ich finde oder sollte, um auch im Bereich Illustration voranzukommen, sei es der Bereich Kunst, was auch immer und ich habe für jeden von euch noch eine Frage vorbereitet, weil viel Zeit ist nicht mehr. Bevor wir dann zu Maik Meré kommen, der irgendwie ja auch über das Thema Kunst und angrenzende Bereiche und so weiter reden wird, das schließt glaube ich ganz gut aneinander an. Und jetzt frage ich mal den Herrn in der Runde, ihr habt das gesehen, ich wollte erst die Arbeiten sehen, andere ist eben nicht der klassische Illustrator, sondern andere ist der Typ, der setzt sich in den Zug, fährt mit drei Jungs irgendwo hin und dann kommt er zurück mit einem Buch von 500 Seiten. Das ist jetzt nicht so das klassische, ich bin, ich habe Illustration studiert, denk, sondern das ist ein ganz anderer Ansatz, ein sehr Lebendiger, ein sehr Forscher und einer, der sich auch selbst in Frage stellen kann oder zurücknehmen kann, wo man auch als Illustrator sagt, das ist mir jetzt, ich muss jetzt nicht dieses Gesicht machen, weil eigentlich ist die Typo viel stärker und mich interessiert die Collage dahinter und so weiter und so fort. Jetzt arbeitest du sogar noch mit jungen Leuten zusammen, als Professor, ich weiß, dass da ganz tolle Sachen bei dir entstehen und meine Frage an dich ist, was lernt man als Illustrator in der Zusammenarbeit mit Typografen, Autoren, Fotografen, Studenten, was ist für dich das Wichtige daran? Gut, also ich meine, als Illustrator, das ist so eine allgemeine ganz, ganz schwierige Frage, was man überhaupt als Illustrator lernt. Ich glaube, da könnten wir jetzt lange drüber referieren und ich glaube, es ist ein sehr, sehr schwieriger, zwei Minuten. Wie viel? Zwei Minuten. Zwei Minuten, naja, gut. Das ist relativ kompliziert, weil ich glaube, bei der Illustration geht es sehr, sehr viel darum, für sich selber eine Bildsprache zu finden und so einen eigenen Ausdruck zu finden und wie man auch bei den anderen Leuten bei den fantastischen Arbeiten sieht, ist es bei Illustration eigentlich auch immer so, dass man eigentlich auch die Themen so ein bisschen mit sich bringt. Und ich habe, wenn ich so einen Studenten im ersten Semester irgendwie über Illustrationen spreche und ich versuche Ihnen so ein bisschen klarzumachen, was, wenn man da den Unterschied zwischen Kommunikationsdesigner und Illustrator irgendwie klar oder festmachen möchte, dann sage ich immer, also für mich ist der Kommunikationsdesigner der Fußballtrainer, der den großen Plan hat, der weiß, was da auf dem Spielfeld abläuft und der euch einsetzt und die Illustratoren, das ist dann der Libero oder der, der eben mit rechtsaußen richtigen Wumms hat, also die haben alle eine Qualität und die müssen sich entwickeln und ich glaube, darum geht es hauptsächlich im Studium, diese Qualität irgendwie für sich selber rauszufinden. Was macht ihr? Auf Wumms. Ich stelle einfach die nächste Frage und zwar an Gabriele Dünwald. Ist man als Illustratorin eine bessere Artdirektorin? Ich glaube, das kann so sein, aber das muss nicht so sein. Also ich glaube, ich kenne eine Menge Illustratoren mittlerweile, die gerne im stillen Kämmerlein vor sich hin arbeiten und möglichst nicht in Kontakt treten wollen. Im besten Fall habe ich das so wie bei hohe Luft, dass das ein Dialog und ein Austausch ist. Also ich habe mich irgendwann vom Selbermachen verabschiedet, aber ich bin nicht als Illustrator angefangen. Ich habe nicht Illustration studiert, ich habe Grafikdesign studiert und habe dann irgendwann gedacht, naja, also Bilder machen finde ich total schön, macht mir total Spaß, war auch wahnsinnig naiv. Es ist schon sehr lange her, zu einer Zeit, also als ich mit dem Studium fertig war, gab es noch viel, viel weniger gedruckte Illustrationen und ehrlich gesagt, damals gab es vor Freistil auch noch gar keinen richtigen Markt. Aber ich finde es interessant, weil wir haben eben auch bei der Recherche damals zum Magazin festgestellt, dass die ersten Zeitschriften waren, illustrierte Zeitschriften. Da kommt sogar der Name her, die Illustrierte, kommt daher, dass das alles gezeichnet war. Da gab es noch gar keine Litho-Foto und so weiter. Und eine ganze Menge davon ist vor die Hunde gegangen. Und ich glaube einfach, dass es eben dieser Grundimpuls ist, eines Art Direktors überhaupt da, diese Sprache zu generieren. Mike hat das mit Yves Netzer mal gemacht und so weiter. Aber es sind so Ausnahmen, wo das stattfindet, wo ein Illustrator zehnmal besser ist als ein abfotografierter Gegenstand von der Realität, den ich ja schon als JPEG auf Facebook zwei Sekunden nach Erscheinen schon besitze. Diese Information ist völlig uninteressant mittlerweile. Die auch nicht unbedingt noch reell ist. By the way. Die Realität der Fotografie ist ja auch noch eine Frage. Und also die Illustration ist eigentlich im Moment durchaus imstande, die Fotografie mindestens zu ergänzen oder sogar zu überflügeln in ihrer Art und Weise, komplexe wie in der Zeit, philosophische, wirtschaftlich abstrakte Zusammenhänge völlig neu zu zeigen. Aber ich würde sagen, es ist ja gar kein Wettrennen. Ich würde eher hoffen, dass es hier so läuft, wie es in Amerika tatsächlich ist. Da ist die Illustration einfach ein eigenes Genre, was auch als solches respektiert wird. Also wir denken an den New Yorker, der immer mit dem, seit Jahrzehnten, zehn Jahrhunderten, mit dem gezeichneten Titel, da ist es ein völlig selbstständiges Genre und wird gar nicht angefochten. Hier geht es immer um dieses, also mir wurde neulich gesagt, jedes Jahr bestelle ich meinen Presseausweis und dieses Jahr bekam ich die Antwort, Sie sind ja Illustratorin. Deswegen brauchen Sie keinen Presseausweis. Was schon lustig ist. Also dann muss man da anfangen, also es ist schon Wahnsinn, weil das hat ja nicht weniger, also jetzt nehmen wir mal meine 100 Zeichnungen, für die 200, für die New York Times. Das ist eine journalistische Arbeit. Natürlich muss ich den Menschen recherchieren, natürlich muss ich gucken, wer das ist. Also das ist ein ganz normales, und da gibt es ein merkwürdiges Unverständnis. Ja, aber es hat sich schwer geändert. Also ich hatte auch lange Zeit den Eindruck, dass auf dem deutschen, ich sag mal, vielleicht auch Massenmedienmarkt für Magazine, Illustrationen einfach nicht seriös genug sind. Das Lustige ist, diese Massenmärkte gibt es ja ganz nicht. Eben, deswegen hat sich das erledigt. Also kleine Dinge, und das ist vorbei, dieses Schielen nach, jeder muss alles verstehen. Also das ist absurd. Okay. Dankeschön. Ich würde noch kurz auf deine Frage sagen, jeder Grafiker, der sich mit Illustrationen beschäftigt hat, ist ein besserer Grafiker. Ah. Das kann ich bestätigen. Das immer mit zu berücksichtigen. Also die Illustration. Und das ist dann eben auch, wir haben vorhin kurz drüber geredet, er unterrichtet ja im Fachbereich Grafikdesign, Illustration. Das heißt, das sind alles, werden Grafikdesigner, die sich mit Illustrationen beschäftigt haben und das ist gut. Genauso wie sie sich auch mit Fotografie beschäftigen sollen, während des Studiums. Du moderierst. Die Frage ist, muss ich dir jetzt noch eine Frage stellen, du beantwortest ja sowieso, was du willst. Okay. Ich habe eine ganz rotzige Frage, das ist eine uralte Theorie von mir und bisher habe ich immer nur so, ich bin mir nicht ganz sicher. Meine Theorie ist, Illustrationen sieht gut aus als Reproduktion, Kunst sieht gut aus im Original. Ja oder nein? Nein. Ja. Danke. Ja, es gibt auch Tricks, zum Beispiel sieht eine Illustration 90% skaliert gut besser aus als 100%. Wirklich, es ist Fakt. Also das ist lange, es gibt viele Sachen, klar. Okay. Aber hallo, deswegen, also mein, habe ich ja vorhin auch kurz, meine, diese Beschäftigung mit analog und digital ist eine ganz, ganz spannende, weil ich kann viele Sachen ganz anders erzählen, digital und kann sie, und dann gebrindet sieht es oft, ja. Also absolut, gibt es. Okay. Ist so. Wenn es ein gutes Heft ist. Hast du was von der Kunst gelernt? Gelernt? Ja. Vom Kunstmarkt oder von der Kunst? Ja, so. Also das Machen, vom Machen, Kunst machen, auf jeden Fall sehr viel, also diesen Flow zulassen, durchmeandern, ne wirklich, plötzlich irgendwelche Kringel, die sind dann da und dann merkt man, ah, aus dem kann man was machen. Diese Art zu arbeiten, ist eine ganz andere. Vom Kunstmarkt, das ist ein absurder Markt. Also der ist, ich kenne keinen Markt, der so, mit so viel Geld hantiert, wo kein Vertrag existiert, keine, also alle, das ist schon wirklich ein lustiger Markt. Aber ich finde es amüsant und ich genieße es als Zaungast, muss ich sagen. Also ich genieße den Luchs, ich kann Ausstellungen machen und bin aber nicht davon abhängig, irgendjemand in den Arsch zu genießen, um das zu machen, weil ich dann gleichzeitig noch mit meinen Illustrationen meine Brötchen verdiene und das aber so Hand in Hand lande. Okay. Aber vom Machen auf jeden Fall. Katharina, du bist Mitherausgeberin von Spring. Da ich selber Dinge herausgebe, weiß ich, was das für ein Irrsinn ist, überhaupt auf die Idee zu kommen, so etwas zu machen. Was hast du dabei gelernt, auch für deine Arbeit, in der Zusammenarbeit mit diesen Leuten, die in diesem Fall nur Frauen sind, worüber ich aber jetzt gar nicht reden möchte? Ich habe andere Dinge gesehen und mich darüber ausgetauscht. Ich betrachte die verschiedenen Perspektiven mit meinen Kolleginnen und Freundinnen und probiere in diesem geschützten Raum auch was aus. Also ich habe gesagt, dass wir auch gegenseitig uns Workshops gegeben haben und das war mal total lustig, weil wie gesagt, ich habe eigentlich von Comic keine Ahnung und dann kommt Uli Lust und Barbara Jelin und die haben uns dann so richtig wie so Schülerinnenaufgaben gestellt und das war für mich klasse. Allerdings ist es so wahnsinnig aufwendig, dass ich jetzt beschlossen habe, das nächste Heft, das muss ich jetzt noch durchsetzen, das nächste Heft fällt aus und wir lassen uns nur von der Muse küssen. Das ist jetzt absolut fällig. Das ist sonst eine Lawine an Organisation und jetzt müssen wir uns mal feiern und uns fortbilden. Ja, 37. Ach so, wir haben noch richtig Zeit. Für Martina habe ich etwas ganz Poetisches vorbereitet. Was lernt man als Illustrator von der Zeit? Von der Zeit, Zeit zu haben oder keine Zeit zu haben? Also für mich ist es so, dass ich unter Zeitdruck schon besser arbeite. Ich darf das nicht so laut sagen an meine Kunden, weil sonst kommen die wirklich Donnerstagabend um 18 Uhr und Freitag muss es geliefert sein, was ab und zu vorkommt. Ich fluche dann leise, aber trotzdem brauche ich den Kick. Es ist schlimm zu sagen, aber ich komme, wenn ich vier Wochen für ein Logo Zeit habe, komme ich nicht vorwärts. Das ist so und ja, aber gut, dass ich das weiß. Ich finde halt dann oft Beschäftigungen... Im außerschulischen Bereich. Ja, genau. Die das dann erfüllen, sozusagen, den Druck. Ja, andererseits für meine eigenen Projekte, da muss ich mir immer einen Zeitpunkt setzen, weil da ja keiner ist, der sagt, Martina, das muss jetzt raus. Es sei denn, da ist jetzt ein konkreter Verleger, aber meistens mache ich ja meine Sachen fertig und suche dann einen Verleger. Und das ist schwierig, sich selber zu motivieren, sich selber in den Hintern zu treten und zu inspirieren. Man kann auch nicht jeden Tag zeichnen oder ich zumindest nicht. Das sind immer so, einfach so Wellen, die Stimmen müssen. Und ja, das ist ein sehr sensibler Bereich. Und für die eigenen Projekte, zum Beispiel, wie ich durch den gewonnenen Code-Wettbewerb in Buenos Aires war und da ein Buch dann draus realisiert habe, da war der Ansporn, dass im Oktober drauf, vier Monate später, wieder ein Design-Festival in Buenos Aires ist und bis dahin wollte ich das Buch fertig haben. und das war meine Rettung, sonst wäre es wahrscheinlich nie mehr passiert. Ja, ich bin ein Zeit-Druck-Junkie. Na klar. Ich möchte jetzt hier mal loswerden. Faust hoch für Gabriele. Das ist einfach total wichtig, dass es so Leute wie dich gibt. Das macht einen riesigen Unterschied, ob man einem Auftraggeber begegnet, der einem grundsätzlich vertraut oder das ist so eine, es hieß dann immer, den Hausfrauentest machen. Da werden dann zehn Leute in der Redaktion gefragt, versteht ihr das? Und der kleinste gemeinsame Nenner soll es dann werden. Und dann habe ich manchmal wirklich, war ich dann verzweifelt, jetzt können wir eigentlich auch Stockmaterial nehmen. Und je größer das Vertrauen da ist, desto inspirierter bin ich auch und desto mutiger sind auch meine Ideen. Also jetzt schneidet euch mal eine Scheibe ab. Kann ich da was noch drauf erwidern? Nee. Na klar. Ja, vielen Dank. Das freut mich natürlich sehr, dass es auch Menschen gibt, die das zu schätzen wissen, weil sonst würde es das Magazin nicht mehr geben. Ich finde es allerdings auch eine absolute Bereicherung, einfach einen kurzen, 15-teiligen Text loszuschicken und so viel zurückzubekommen. Also wenn ich mich jedes Mal vorher hinsetzen müsste und nach Lesen dieser gigantisch langen Texte selber mir auszudenken, wie die Illustration aussehen soll, dann wäre das Magazin relativ schnell am Ende, ehrlich gesagt. Weil die Positionen, die da jeden oder alle zwei Monate bei uns auf dem Schreibtisch landen, die sind so vielfältig und so erstaunlich und so toll, dass das irgendwie, auch das das Magazin immer weiter trägt. Also auch die Redakteure, die nun wirklich keine sonderlich optischen Menschen sind, werden dadurch total bereichert. Und das ist, also in diesem speziellen Fall zumindest, das möchte ich nicht generalisieren, aber die freuen sich genauso. Also das ist ganz toll. Ja. Also. Mut ist gefragt, Mut ist gefragt von den Illustratoren, über den eigenen Tellerrand zu schauen, Dinge auszuprobieren, die Komfortzone immer mal wieder zu verlassen. Mut ist gefragt von den Grafikern. Fünf Minuten. Wir liegen top in der Zeit. Eine letzte Frage an jeden von euch. Was ist das Medium der Stunde? Print. Ja. Wir sind auf einer Editorial Design Konferenz. Ich finde im Moment so wenig inspirierende Print Sachen, wo ich wirklich das Gefühl habe, da werden so Zeichen gesetzt oder neue Sprachen entwickelt. International kann das ja auch sein. Print ist tot, es lebe Print, der alte Spruch. für mich ist es sehr schwer, mich im Digitalen durchzuscrollen, durch digitale Zeitschriften, die eine Mischung aus Kunst und Illustration, Grafik bieten. Ich habe da lieber mehr Ruhe dafür und dafür ist einfach Print, eine Zeitschrift oder ein Buch nicht austauschbar. Also ich glaube nicht, dass das stirbt. Und meine Motivation ist auch viel größer, für Print was zu machen. Ich brauche immer was zum Anfassen. Das ist, warum ich jetzt auch das Nähen angefangen habe, dieses Handwerkliche. Und das kann man einfach zumindest, wenn es gedruckt ist, ist dann zwar auch verändert, aber im Digitalen habe ich das nicht. Und deswegen meine ich, dass das erst mal die nächsten 20 Jahre nicht sterben wird. Hoffe ich. Ich unterrichte auch Illustrationen und witzigerweise habe ich jetzt festgestellt, dass ein Großteil der Leute plötzlich als Herausgeber arbeiten wollen. Die wollen Magazine rausbringen, sei es kleine, träschige, ja, und wirklich was in der Hand haben. Es scheint ein Bedürfnis zu sein. Ich finde immer, hallo? Ich finde ein wunderbares Beispiel gibt es in der Musikvermarktung. Die Vinyl-Schallplatte hat ja so ein wunderbares Revival, weil ich mir, also ich kaufe jetzt eine Vinyl-Schallplatte und bekomme einen MP3-Download, Gutschein dazu. Das heißt, ich habe die digitalen Daten und habe das schöne Produkt. Und das finde ich wirklich wahnsinnig toll. Also ich finde es wirklich toll. Also den Mix. Ich finde es einfach gut als Gedanke, der, der das schätzt, hat es und will es. Und der, der es nur einfach schnell durchjagen möchte, macht es anders. Und ich denke, auf sowas wird es hinauslaufen. Also schöne Sachen für schöne Bedürfnisse und schnelle Sachen für schnelle Bedürfnisse und einfach so, naja, es ist einfach, ja, wir haben, mach den übergang zu machen. Ja, also ich denke. Ja gut, Medium, also für uns, ich glaube, da kann ich für uns alle sprechen, ist natürlich die Zeichnung und der entscheidende Moment, was diese Zeit angeht, ist ja bei der Zeichnung auch, dass die Zeit für einen selber dann eine Rolle spielt, nämlich die Zeit im Machen, also in dem Moment, wo ich etwas tue, ich bin halt nicht Apfel Z, also ich kann halt nicht zurückgehen. Und das ist letztendlich für das Machen, für den Moment der Aufmerksamkeit, in dem es passiert, natürlich ein absolut entscheidender Moment. Also das beeinflusst mich in dem Moment viel, viel stärker wie die technischen Gegebenheiten und die Möglichkeiten, die ich habe. Also Undo ist, glaube ich, eines der größten Gefahren und größten Geschenke, die es in der Illustration gibt in den letzten zehn Jahren. Ich möchte jetzt auch noch mal eine Lanze für das Digitale brechen. Mich hat das eben wahnsinnig beeindruckt, dieser Vortrag von dem italienischen Herrn, den Namen habe ich jetzt leider gerade nicht mehr präsent, aber ich fand diese iPad-Geschichten, wo die Illustrationen auf einmal ein bewegtes Eigenleben entwickelt haben, wahnsinnig beeindruckend. Und ich glaube, dass das, wenn man das richtig gekonnt einsetzt, dem Ganzen noch eine Dimension hinzufügt, die es auf Papier logischerweise nicht haben kann. Das heißt jetzt nicht, dass man das unbedingt machen muss, aber ich finde, wenn es gut gemacht ist, gibt es dem Ganzen, es ist quasi so das Sahnehäubchen obendrauf. Es ist eigentlich noch beeindruckender, finde ich fast. Vielleicht, weil ich es auch noch nicht so oft gesehen habe, aber das fand ich, es ist schon eine Weiterentwicklung, die dem noch eine neue Dimension hinzufügt. ein zukunftsbejahendes Schlussplädoyer. Rabban, was hat dich bewogen, nach vier Jahren doch wieder einen Freistil ins Leben zu rufen? Verschiedene Gründe, aber tatsächlich irgendwie das Bedürfnis. Also ich glaube, von vielen Seiten bin ich angefragt worden, auch von jungen Leuten, Studenten, wo ich dachte, die wissen überhaupt nicht, dass es das gibt. Aber auch da ist es ja der Mix aus dem digitalen Blog, jeden Tag, schack, schack, schack und Antworten und Networking und diesem Buch, das dann wirklich so als Kiste in der Agentur steht, wo man sagen kann, jede Woche blättern da die ganzen Praktikanten durch. So, nee, mich hat es interessiert, ich gebe auch ehrlich zu, ich war bis Ende Dezember nicht sicher, ob es funktioniert, weil das Buch zu machen bedeutet, für die Illustratoren etwas und so weiter, das war nicht klar, ob das funktioniert, aber es funktioniert sehr gut. Ja, während wir hier sitzen und quatschen, wird es da eben gerade in Berlin geschrubft und das sind wunderschöne Sachen. Ich wollte gestern Abend eigentlich gar nicht hierher kommen, weil es macht so viel Spaß, das alles zu sehen, wie da Doppelseite für Doppelseite entsteht. Also es geht weiter mit der Illustration, möglicherweise digital, möglicherweise bewegt, möglicherweise animiert. Wir haben die ganzen Themen nur angerissen. Ich danke euch recht herzlich dass ihr hier wart. Ich hoffe, es ist klar geworden, wie facettenreich, wie vielfältig Illustration sein kann und wir freuen uns, wenn ihr mehr davon verwendet. ganz, ganz lieben Dank an diese Runde. Ich finde, es war wunderbar spürbar, was man mit Illustrationen alles machen kann und es war noch viel besser, dass es auf der Bühne deutlich wird, wie viel Spaß das macht. Ich glaube, wir haben selten so viel gelacht in so wenigen Minuten. Super, super lieben Dank diesen Illustratorinnen und dem einen Illustrator, die hier zusammen waren. Danke, danke herzlich. Wir machen noch eine kleine Pause. Bis zum nächsten Mal.